Und das ist ein Sensations-Tor. Ein absolutes Sensations-Tor von Mohamed Abdelau. Und kein Gönnmann ist in Hannover mehr als ihm. Das werden wir uns noch ein paar Mal angucken. Dieser Treffer, auf die Idee muss man erst mal kommen, den so im Tor unterbringen zu wollen. Und damit hat, glaube ich, auch der Torwart von Manchester United nicht gerechnet, dass Mohamed Abdelau mit dem Rücken zum Tor den Ball so verarbeitet. Mit der linken Hacke, das habe ich noch nie gesehen. Wir wollen den Kollegen der Sportschau ja nicht vorgreifen, aber ich bin sicher, dass dieses Tor eine Auswahl zum Tor des Monats dabei sein wird. Schöne Flanke von Stindl, genau wie man so schön sagt, in den Raum zwischen Wiedic und Carrick. Und dann verwandelt er diesen Ball. Schöne Flanke von Stindl, genau wie man so schön sagt, in den Raum zwischen Wiedic und Wiedic und Wiedic und Wiedic und Wiedic und Wiedic und Wiedic. Schöne Flanke von Stindl, genau wie man so schön sagt, in den Raum zwischen Wiedic und Wiedic und Wiedic.